In dem letzten Video habt ihr den Bus von außen gesehen und jetzt wird es langsamer Zeit, dass wir uns um Innen kümmern. Das heißt, die Schränke müssen gebaut werden und dazu sollte man wissen, was man mitnehmen will. Und es gibt Sachen wie Essen, was man einfach jedes Mal mitnimmt, aber es gibt Sachen, die einfach auch im Bus bleiben. Und die habe ich mal besorgt und zwar, ich weiß nicht, ob ihr die Seite Temo kennt, ich habe da einfach mal ein paar Sachen bestellt, um zu schauen, wie ist die Qualität da und was ist da gekommen und das will ich euch heute in diesem Video zeigen. Wenn euch das interessiert, dann einfach dranbleiben. Es geht los mit dem Innenraum und das ist das erste Video. Was sind die Must-Haves und was muss man in dem Bus mitnehmen, damit man auf Fahrt viel Spaß hat. Jetzt viel Spaß bei diesem Video und jetzt geht's los. Bis zum nächsten Mal. 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 So, wie man sieht, die Sachen werden hier wahrscheinlich an der rechten Seite verstauen. Das heißt, ich muss, wenn ich jetzt die Möbel baue, muss ich darauf achten, dass ich die da alle vernünftig mit reinkriege. Mal gucken, ob ich das mit einem Auszug mache oder ob ich das andersweitig mit Klappen oder so gestalte. Aber was halt wichtig war, ist, man braucht die Teile halt vorher. Man muss sich überlegen, was will man wo mitnehmen. Und es gibt halt ein paar Sachen, die braucht man. Tisch braucht man, Stühle braucht man. Das ist gut, dass ich das jetzt vorweg bestellt habe. Sonst hätte ich nicht gewusst, wen damit. Also, der Bus füllt sich und so langsam nimmt das ganze Projekt wirklich Fahrt auf. Das ist auch gut so, weil nächstes Jahr wollen wir damit rumfahren. Wenn ihr jetzt das eine oder andere Produkt haben wollt, dann verlinke ich euch alle Sachen nochmal unten in der Videobeschreibung. Einfach die App runterladen von Temo, die Teile eingeben und hier habe ich auch nochmal einen Code für euch. Den könnt ihr quasi als Gutscheinpaket mit eingeben und dann viel Spaß. Ich war sehr skeptisch und es ist das erste Mal, dass ich bei Temo bestellt habe. Das ist nicht das letzte Mal, dass ich bei Temo bestellt habe. Mich hat tatsächlich die Qualität überzeugt und der Preis ist einfach unschlagbar. Die Teile kamen innerhalb von einer Woche, das heißt, zwar in mehreren Paketen, aber alles heile angekommen. Gar kein Stress, gar kein Problem. Und, wie gesagt, wenn es mir nicht gefallen hätte, hätte ich es einfach zurückgeschickt. Das war es von mir an dieser Stelle für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Ich habe euch vielleicht den einen oder anderen Tipp geben können für das eine oder andere Teil, was ihr vielleicht bei euch auch verbauen wollt. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.